Kann ich schon wieder? Ja, hallo meine lieben Leute und weiter geht es mit Gears of War Ultimate Definition mit der Martina wieder So, wir können heute nicht Viel Spaß beim Zuschauen Ich will nichts sagen, aber da kommen gar Gegner Die Leute werden schon super euren Spaß haben beim Zuschauen Zwei Profis, wie wir da sind und spielen Ja, wollen wir zeigen, dass wir das auch nicht machen Genau, das ist zu toll, so sieht man es nicht Aber die Kettensägenanimation stimmt ja auch nicht Aber das macht ja das Spiel so schön aus Kettensäge Er kommt immer noch näher Das ist scheiße Man, du liest sowas doch Nein, eigentlich gar nicht Bewegt dich Oh ja Auf gehts Muss man die Spinne dann auch einmal bekämpfen Ich glaube schon, gell? Ich weiß es nicht, es ist schon zu lang hier Ich kann mich nur den Endgegner erinnern Ja, den kann ich mich erinnern Der Endgegner und die Berserkerin Die sind in meinem Gedächtnis geblieben Ja, aber wenn man sein Gedächtnis bleibt Ich höre nicht, dass es so gut ist Und mir ist auch die Fahrzeugfahrt in meinem Kopf geblieben Warum? Ja, du kannst nicht tun Die Bippe ist aber Ich bin dabei Ich bin dabei Ich habe das Ich bin dabei Ich bin dabei Ich bin dabei Hast du mich noch gezogen? Da warst du jemanden? Ja, aber die sind ja schon dann an Kiel so vor 4 Eigentlich sollte man Kiel so vor 2 und 3 auch kriegen aus Standort Die ist dabei bei den Spielern und Schüsse, so wie man es gehört Bei Kiel so vor 2 war eigentlich der beste Teil von allen Ja gut Haha Pass auf Mann Eh klar Ich bin aber nicht gestorben Ich hab schon das Luftzug gemacht Sehr gut Dann holen wir das Fahrzeug Ja zur Hölle Brauchst du mir nicht zweimal sagen Ich kann mich noch erinnern, das Fahrzeug Das war nicht so toll Die ist da unten, so komme ich nicht auf, ja ok Donnie, du willst niemals laufen beim Reden Naja, das hört sich nur bei dir so an, weil ihr kriegt den Tod nur über die Kinect Und ja Das ist das Schlimme, das funktioniert mit der Partie nicht so geschert als Aufnehmen Also hier kriegt ihr den Tod mit der Kinect Ich krieg den Tod von der Xbox aufs Headset Komplett, ne? Der Headset Und der Ton kriegt auch die Capture Karte von der Xbox Also beides, ne? Und die Capture Karte nimmt auf Also die Capture Karte nimmt euren Ton auf Und mein Ton kommt im Nachhinein vom Mikrofon Ich muss nur ein bisschen zusammenschnippen Ah Die ist uns nicht so einfach Nix ist auf der Welt Hey, da oben ist einer Schau, da steht einer Siehst du das, was ich sehe? Na Schau hoch da Ich bin nur mal zurückgegangen Weggeschaut Schau mal da oben Schau mal da oben, da steht einer Kein Mark Bei den... unter der Fahne da Bei den... unter der Fahne da Bei den U... F... F... Führer oder wie das heißt Genau da unten ist auch, da steht der Maxl Da steht der Maxl Ohne ich wusste, dass es doch nur Menschen gibt Hey, ich hab auch keine Macken Bist denn du jetzt überhaupt? Also du bist zu weit weg Da, schau Da oben steht er Hey Mann, was ist los? Immer die gleiche Scheiße Ist Franklin da? Klar Wo er immer ist Da lassen sie jetzt uns sein, ja? Na, schaut nicht so aus Oh ja doch Soja Leute, die neben Geräusche Ich hab mich gerade ein bisschen umgesetzt Hey, vielleicht einmal stören wo wir keine Gegner haben Na doch, haben wir nicht gemacht Eure Scheiß-Core wird euch hier nicht raushelfen Erinnert mich Ich glaub das ist die Stelle, wo wir sie vor... Hey! Hey, Alter! Ich helb mit dir, Arschloch! Leck mich! Lass es, Bert Bist du meine Mutter, oder was? Ich fahre mir schon auf die Gier sofort 4 Ja... Was ist denn los? Wie, gar nichts ist los Dein Auftritt, Dom? Keine Sorge, hab's kapiert Könnt auf mich zählen Hey, Santiago! Was machst du denn hier? Nichts Neues von der Lady Wenn ich was höre, erfährst du's Was? Ich möchte nicht, dass man uns zusammen sieht, okay? Ist nicht gut fürs Geschäft, Mann Überlass mir deinen Junker Was? Mach keine Witze! Im Ernst, wir brauchen ihn Tut mir leid, dass du Probleme hast, Mann Aber meinen Wagen kriegst du nicht Du schuldest mir was Das möchte ich einlösen Und zwar jetzt! Okay Okay, Mann Ich mach mit Jo, unter einer Bedingung Die bleiben hier, Jo Wir können die Waffen gebrauchen, Mann Okay Er steht an der Scherbstrankstelle Hol ihn dir doch einfach Hahaha Hey, Jo! Jo, Santiago! Jetzt sind wir quitt! Keine Gefallen mehr Arsch! Das ist Scheiße! Hä? Ich sag doch, ich hab nen Plan Dein Plan ist scheiße kapiert? Hey! Hände weg von der Ware! Keine Patschehände auf dir! Ja! Zieh! Bird, Ende! So, liebe Leute Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht mit dem Fahrzeug Was wir uns da besorgen Schaltet das nächste Mal wieder ein Das heißt, Xperia Gaming Hard Die ist sofort hochgeladen Abonniert meinen Kanal, damit ihr keine Videos versäumt Gebt mir einen Daumen hoch Teilt die Videos Ich bedanke mich Wie auch bei der Martina Fürs Mitspiel einmal Und sage mal Ciao, bis zur nächsten Folge Bitte gerne kischen So gerne, Tschüss! Ciao!